Hey Tim, ich habe ein paar neue lustige Wörter entdeckt. Wirklich? Welche? Es gibt Wörter, die bestimmte Dinge anzeigen, wie zum Beispiel den Ort, die Zeit oder den Grund. Sie heißen Präpositionen. Das klingt ja interessant. Zieh mir mehr davon. Ich zeig's dir. Also, die Katze steht neben dem Baum. Die Präposition ist neben. Sie sagt, an welchem Ort die Katze steht. Okay, ich probier's mal. Ich war nach dem Unterricht im Sport. Die Präposition ist nach. Sie sagt, wann ich im Sport war. Jetzt wieder du. Also gut. Ich war mit meinen Freunden im Sportunterricht. Dann ist die Präposition mit. Sie sagt, auf welche Art und Weise ich im Sport war. Durch unsere gemeinsame Teamarbeit wissen wir jetzt, was Präpositionen sind. Stimmt's. Die Präposition ist durch und sie gibt den Grund dafür an, wieso wir uns jetzt mit Präpositionen so gut auskennen.